Hallo Dr. Holtwig, machen Sie mit? Gerne mache ich mit. Ja, ich finde das toll, dass man hier nicht alles kaufen muss, sondern selber machen kann. Sind Sie denn ein guter Heimwerker? Das geht so, aber bisher habe ich noch keine großen Sachen kaputt gemacht beim Reparieren. Kann man auch mit dieser Maschine Zeitungen drucken? Das könnte man, aber um Zeitungen zu drucken, würde ich lieber zu unserer Rotationsmaschine gehen. Sollen wir das mal machen? Ja. Okay, gehen wir. Oh Mann, das ist ja gar nicht so einfach. Game over. Was ist die höchste Punktzahl, die Sie hier erreicht hatten? Hier gibt es keine Punkte. Hier muss man Kisten umladen und in einer Lagerhalle arbeiten. Haben Sie Spaß an Ihrer Arbeit? Ja, ich finde das super. Ich bin total gern hier in der Tage. Die ist doch von 1909. Das stimmt, unsere Maschine ist ja auch so alt. Wir zeigen extra, wie früher gearbeitet wurde. Wie schnell kann das Ding denn fahren? Ein Gabelstapler kann 25 bis 30 Stundenkilometer fahren. Und wie gut kann der driften? Driften kann der gar nicht, dafür ist er zu langsam. Achso. Und meinen Sie, dass Dortmund die Champions League gewinnen kann? Ja, schätze schon. Gibt es denn auch in Rot? Es gibt auch rote Gabelstapler. Jede Firma hat ihre eigene Farbe und es gibt auch Firmen, die stellen rote Stapler her. Dankeschön. Danke für das Interview. Wir gehen dann jetzt zurück nach Vorsicht 11. nach dem Das war's. Ja, dass du mal ein paar Sekunden da hast. Das war's. Dankeschön. Das war's.